Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin wie ihre Arme und ihre Beine. Deine Beine und deine Arme kannst du behalten. Schau dich doch an. So wie du mit ihr sprichst, kann man verstehen, dass sie weg will. Du bist zum Kotzen. Du bist auch zum Kotzen. Na, sieh mal an. Dir geht's schon besser? Ja. Was machen Sie in Paris? Ich bin Hauspflegerin bei einer alten Dame, Madame Myra. Frida? Sie hatte nie guten Kontakt zu den anderen Ästen. Schade. Bitte sehr, ihr Frühstück. Glaubst du, ich esse Plastik? Ein echtes Frosan, das kriegst du nur in der Bäckerei. Hm. Ich hab was verschüttet. Hör endlich auf. Du bist sterbend. Gut, dann spring doch. Aus dem Fenster. Na los. Ich hab meinen Körper zu gern, um ihn zerschlagen auf der Straße liegen zu sehen. Bin ich so ein Ungeheuer? Den Eindruck kann man schon haben. Neben meinem Mann, Weihe, ist Stefan der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie hat niemanden mehr, außer Ihnen und mir. Ach Gott. Achso Ihnen und mir. Jetzt geh ich schon.